Die 4a befindet sich in der Rakete zum Mars. Plötzlich kommen Aliens auf sie zu. Ohrbewerb! Da steht ja 4a drauf. Bestimmt ist da eine Klasse drin. An unserer Marsschule brauchen wir noch eine vierte Klasse. Wollt ihr mit uns kommen? Ja, Diggi! Ich will wieder nach Hause. Wir können doch immer zwischen Mars und Erde wechseln. Und so machen sie es dann auch.